So, hallo an alle zu einer weiteren Runde von den Minigames. Wir spielen Spleave in einer... Los, fall rein. In einer Erd-Arena. Mann, jetzt backt das wieder rum mit dem Shift, mit dem Sprint. Was soll das? Double Tap. Los, komm. Lauf. Oh, du springst da rein. Nein, 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 ich spring da nicht rein. Eigentlich... Jetzt bin ich selbst reinge... Die richtig beste Strategie ist, mal warten, bis die anderen sich totbatteln, jumpen rum, dass man nicht reinfällt. Und schon hat man eigentlich gewonnen, aber... Ach du Scheiße. Dann wechseln wir mal die nächste Arena durch. Bin raus. Spleave... Zwei oder drei. Es blieb drei, jetzt da. Spleave... Es blieb drei. Joint the game, joint the game, joint the game. Alter, ist das klein. Startet in zehn Sekunden. Fünf. Wollt ihr mich verarschen? Eins. Es geht los. Das ist so unfair. Ich bin nämlich jetzt ungleich. Starfrei? Nee. Jetzt fahr die Uhr hier rein. Das blieb eins. So, ich heiße jetzt anders. Ich habe meinen Namen umbenannt. Okay, man sieht ihn jetzt nicht, aber ich heiße jetzt irgendwie anders. Huah. Drei. Zwo. Eins. Jetzt da. Hoffentlich gehen sie... Hoffentlich bin ich noch zäßig. Die nennen sich nicht... Los, komm. Aua. Nein, 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 nein. Nein. Pff. Wie schnell geht das, bitteschön? Ich war siebzehnter. Hä? Slash Nick. Keine Ahnung, wie nenne ich mich denn? Brrr. Der Nickname ist now. Test. Achso. Gut. Ah, nee. Ich benenne mich schon richtig. Äh, wo ist noch frei? Wo ist noch frei? Es blieb zwei. Oh, habe ich einen Fehl gemacht? Ja, sollte ich nicht. Da rett einer hier im Unterhosen. Es geht rum. Es wird voll. Es wird voll. Das ist aber die größte Arena hier jetzt, ne? Es geht los, verdammt. Haha, der ist weg. Ich auch gleich. Alter, geht das schnell. Ähm. Das ist mir ziemlich schnell. Spleef. Spleef drei. Damit die immer Leute mal Bescheid wissen, wo ich hier gerade bin. Der Gloob hier, der rockt ja ziemlich. Ostblock-Schlampe. Moment mal, das kennt ich ja irgendwie den Namen. Also, den Minecraft-Namen öfter mal dabei. So, komm. Komm, verschwinde. Ach, nein. Ach, Mensch. Da siehst du nie, wo die anderen bauen. Da ist echt kaum eine Chance hier. Hier nochmal die Eins rein. Spleef. Spleef eins. Das ist unfair. Ich verfolge jetzt mal die, ach, schon mal eine Hungeranzeige. Verdammt. Muss ich wieder auffüllen. Ich verfolge jetzt mal die Strategie. Ich laufe und keiner kriegt mich. Hä? Geh schon los? Da könnte ich jetzt echt gar nichts machen. Kann ich hier so vielleicht noch den mit aufladen? Ähm, die Hungeranzeige zumindest, damit ich wieder sprinten kann. Ähm. Natürlich, hier hat man einige Vorzüge so. Ich hau mir hier gerade mal. Ja, ich weiß, was ich levelig hier bin. Ähm. Steak rein. Game Mode null. So, ich verteile gerade mal ein paar Schnitzel übrigens so nebenbei. Dann lass hier einigermaßen klappen. Mit der Hungeranzeige. Und dann bin ich in Spleef eins wieder drin. Hunger Games könnten wir winter auch noch machen. Ist aber jetzt nicht ganz so ein Minigame. Wie ist sich aber egal. So, fünf, vier. Jetzt achte ich genau drauf. Drei. Zwei. Jetzt. Oh, wann haben wir es hier los? Du Scheiße, da siehst du echt nichts. Der fällt jetzt aber. Nein. Der fällt nicht. Meistens immer fall ich. Haha. Hier vorne seine Haus. Ne, keine Chance. Ja genau, rennen wir doch am besten gleich alle in der Jagd. Nein. Dann hatten wir auch einen Wack, das ist immer mit dem Sprinten. Den habe ich gekriegt. Den habe ich gekriegt. Einmal will ich wenigstens gewinnen. Ach, verdammt. Okay. Okay. Okay, wir wissen, dass im Prinzip so im Wesentlichen das irgendwie ganz, ein bisschen blöd schon fast. Weil das zu schnell geht ja schon. Ähm, ich schaue mal ein bisschen wegen Minigames. Ich nehme jetzt gleich nächstes dran. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. Äh, machen wir es kurz und knackig. Ich weiß nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Wie gesagt, kein Zeitgefühl. Ob es kurz oder lang war. Aber wir sehen uns demnächst und deshalb Tschüssi.